Äh, gut, ne? Also ein bisschen extra hart ist die Map ja schon. Es sei denn, wir haben keine Ahnung. Aber es ist, äh... Waren wir da denn schon drinnen? Äh, ja, da, 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 da komm ich her, wenn ich hier runtergehe. Ach so. Aber da ist doch ein Gitar. Ja, ne, da komm ich nicht her, sondern von da aus muss ich ein Portal hier unten in den Raum setzen. Ach so. Aber da oben ist sonst nichts. Ja. 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 Ach so. Ja. Ähm, hier unten waren wir ja überall schon. Haben wir die, boah, haben wir die Bridge irgendwo für jetzt? Eigentlich ja auch nicht. Soweit ich das als sehender Mensch, äh, feststellen kann. Was täte der Knopf hier oder was tat der einst? Der holt den Ball heraus. Aha. Also nicht drücken. Ja. Ja. Aha. Wow. Oh. Ich, ähm, ich... Du, ähm. Hier oben ist er auch noch... Ich, ähm. Was machen wir jetzt? Oh. Da kommen wir immer so aus Versehen drauf. Haben wir nicht jetzt eigentlich alles, bis auf... Wir machen einmal so, so, zack. Bis auf das. Ja. Ach so. Was passiert? Ach, da. Peter ist an. Aber der... Aber der... Das bringt uns ja nichts. Prisma ist noch immer nicht draußen. Es sei denn, das Ding soll oben schweben, aber das ist ja Quatsch. Klappt das auch von so? Ne, da wird's nicht angeleuchtet. Da oben eigentlich nicht. Oh. Leuchte, leuchte. So. Da oben war nichts mehr, ne? Ein bisschen auf den Senkel, ne? Wenn man die nicht ausblendet. Dieses Doodle-Doo-Doo-Doo. Ja. Ja, ich hör das kaum. Als ob das denn nicht irgendein Telefon klingelt. Gibt's da oben noch was? Man denkt sich nur, geh doch mal ran, du Affe. Was? Wo da oben? Gibt's... Hier, 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 da? Ne, ne, da war ich ja schon. Kommst du über das Ding her. Äh, hin. Ja, okay. Weil... Irgendwo brauchen wir denn noch die Sprungsforce. Außer, um Spaß zu haben. Ui. Ich weiß es nicht. Oinga. Oh. Ähm... Der Würfel muss weg. Der Würfel muss weg. So, und zwar... Du musst es nicht immer so veralbern, wenn ich irgendwas sage. Das ist nicht gut für unser Verhältnis. Entschuldige bitte. Unser Arbeitsverhältnis hier. Ich möchte einfach nur Spaß haben im Leben. Du nennst es Spaß. Ja, so, hier ist jetzt, äh... Knopf. Ah, da ist der... Ah. Äh, der tat folgendes. Bitte, erkläre. Na, ich hab hier gerade was kaputt gehen hören. Insofern scheint das... Setz doch mal deinen Pod... Aber der müsste ja immer wieder kommen. Ja, das hatte ich nämlich auch eigentlich gedacht. Aber mach das nochmal. Ja, ich bin gerade dabei. Cool. Oh, ein... Da ist er. Geh du mal auf die andere Seite. Du brauchst ja keine Portale gerade. Ich... Geh... Ja, nein. Joa, der darf ja hoch springen. Oder so. Ähm, da hinten ist jetzt offen. Oder du springst einfach so hoch und holst ihn da ganz schnell raus. Und dann muss ich mich ganz schnell wieder zur Seite bewegen. Ja. Willst du nochmal? Ja, ich möchte nochmal. Komm her. Äh, geht heiligens falsch. Ja. Au. Hallo? Äh, äh... Komm, komm, komm. Nein. Wir können das Ding auch einfach ausstellen. So ist ja nicht. Ja. Ist ja langweilig. Und dann mit der Wurst hochholen, meinst du? Äh, weißt du was, was ich krisigerweise mal machen kann? Was'n? Bleib mit dem Arm. Ja. Ich bewege mich nicht. Quasi. Ja. So? Oh. Ja, das ist doch der Wahnsinn. Stell dich da mal selber rein oben. Achja, Tatsache. Das kann ich ja einfach mal machen. Warst ja nicht so geplant, aber... Komm her, komm her. Jetzt kommt... Nee, das wird gleich nicht funktionieren. Äh. Oh. Das wollte ich grad echt nicht. So glauben wir doch. Kein Problem. Ja, das ist alles okay. Äh, der Würfel muss da oben schweben. Aber es geht nicht gleichzeitig. Deswegen... Äh, genau. Äh... Ähm, klar. Nee, Jim, mach du mal das Feld weg. Das passiert ja, wenn du dich da hinten drauf stellst. Ja, dann fällt er einfach runter. I make the Würfel fall down. Dann kannst du... Yes, and then I will catch it. Nee, nee, nee. Da kommt der Peter, schubst den wieder hoch. Yes. I mean, I mean so. And you pull it out of the, äh, Ding. Ja, ob das funktioniert. Jetzt darfst du doch hoch. Jetzt darfst du doch hoch. Ja, dann bleibt er ja. Ja, aber ich fall ja runter. Nee, ist egal. Das ist das Problem. Du ziehst den einfach raus. Ohne zu sterben. Ja. Du ziehst den einfach raus. Ah. Ah. Moment mal, ich muss... Ich muss... So. Das ist zwar komisch... Ah. Ja. Schön. So. Ähm. Äh. 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 Watte. Watte. So, da ist die Watte. Ah, cool. Ja. Haha, also. Ja. Ich wollte ihn haben. Genau, er kann umgelenkt werden. Yes. Das wäre sehr. Ach schon. Ja, das ist gut. Verdammt. Crazy Zeug. Hier geht das jetzt auf. Wir sollten nicht so viel Englisch reden. Ja. Auch wenn es doch so perfekt ist. Crazy Zeug, ja. Ähm. Hier war... Oh, ist ja nochmal so viel. Ja, nicht. Da hinten ist ein Knopf. Wir brauchen hier eigentlich nur noch einen Würfel, ne? Und, was brauchen wir noch? Nee, Laser ist ja an. Wir brauchen noch nicht mal mehr einen Würfel. Wir können doch einfach das Prisma reinstellen, oder? Kann man das Prisma reinstellen? Nee, das muss ja das Zeug aktivieren. Nee, das geht gleich kaputt. Ich glaube, das ist nicht der, 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 der. Oh, ist ja geil. Ein Doppelstrahl. Wie will denn er, wie soll denn das jetzt funktionieren? Na? Wenn du... Wenn du... Ich meine... Du leg den mal da einfach rein und komm hierher. Jetzt ist er kaputt. Hä? Wieso ist denn der jetzt kaputt? Ich weiß es nicht genau, aber es war schon mal der Fall. Ach, du hast glaube ich gerade hier, dass noch einmal einer rauskommt, hast du... Ähm... Ja. Halt ich für unwahrscheinlich. Halt ich für... Möchtest du noch mal oder soll ich da jetzt noch mal... Wie du möchtest? Ist das relativ... Ja, ich kann ja auch noch mal diesen Nervenkitzel erfahren. Dann müsstest du aber hier... Ja, dann erfahr du den Nervenkitzel. Was... Wo kam er raus, wenn ich das da aktiviere, oder? Ähm... Der kam raus, wenn... Mal gucken. Genau, wenn der aktiv ist, dann kommt da was raus. Und mit dem da hinten, äh... Wird der Peter... Aktiviert. Ja? Jo. Alles Chlor? Alles Chlor, ey! Äh, das ist... So, du musst... Genau, du musst jetzt erstmal... Rischisch. Da hinten hin. Rischisch. Rischisch. Ich stehe. Ich stehe auf dem Knopf. Tralalala... Und... Hey. Was? Na? Jetzt. Aber? Ich würde das einfach umsetzen. Du musst ja das, äh... So. Ja. Ist er geplumpst? Ja. Sehr gut. Nur das Rote da hinten jetzt an die andere... Nein, da rein. Rein, da rein. Umdrehen. Achso, okay. Heiß, heiß, heiß. Ja, ja. Oh. Falsch. Kalt. Wie das Essen. So... Nein. Wo sind die Seite? Auch nicht? Gib mir mal Mühe. So. Und da fliegt er. Auflischt. 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 Äh, schau, hei, hei. Zappr. Zappr. Er hat ihn. Fumpa. Ist sogar schneller als du. Ja. Aber ich wusste auch wie es geht. Haha. Richtig. So. Jetzt leg mal bitte den hier rein. Au. Und jetzt komm mal hierher. Ist drin. Komm her. Komm her. Oh ja. Ich merk's. Komm mal. Komm mal. Ich komm her. Hallo. Hä? Wir haben doch aber eigentlich alles, oder? Ja, nein. Das ist ja noch nichts. Achso. Was ich doch meinte. Das meinte ich doch. Wir müssen jetzt durch. Was kannst du eigentlich? Haha. Nein. Wir gehen jetzt durch. Haha. Nein. So. War das nicht ein sehr männlicher Schrei? Das war sehr. Also ich. Äh. Ja, deine. Können wir jetzt hier einfach, ne? Er zittern jetzt noch. Was? Da oben ist noch ein Knopf. Ja. Da, ja. Hm. Wie kommen wir denn da hoch? Da unten ist auch noch ein Knopf. Hier ist zu. Ähm. Also da hoch kommt man ja. Indem man einfach da unten jetzt. Und dann, äh. Da unten. Dann schlampt man. Wollten wir jetzt halt. Die Light Bridge. Da ist noch eine weitere. Ja. Ähm. Was passiert denn, wenn wir hier drauf? Dann ist die Light Bridge. Oh, so schön. Kannst du da oben jetzt hin, wo mein Portal steht? Ja. Auf den Knopf. Dann tue dort hingehen. Ja. Sein. Das tue ich nun. Das kann man natürlich auch, aber dann steht der, den kannst du nicht auf den Knopf. Ich kann alles. Ja, okay. So, jetzt geht da was auf. Halt dich nicht bedacht. Geh mal runter. Zack. Jetzt ist da oben ein Feld weg. Aber da ist ja noch Tod dahinter. Das ging aus, wenn du, als du auf dem Knopf standst. Echt? Dann ist der Tod weg? Ja. Ich meine ja. Ah, das ist ja schön, da ist der Tod weg. Ähm. Brauchen wir den? Nee, können wir ja nicht. Aber was bringt uns das da oben? Ich meine, da ist ja eine Glasscheibe davor. Ups. Du kannst, komm doch mal wieder runter. Obwohl, das ist ungünstig. Ja, du musst hier. Warte. So. Nee, das ist Quatsch. Hä, hä. Ich glaube... Na, geh mal... Wenn... Wenn du die Light... Wenn du... Ja, ja. Geh durch. Ich setz dir dann hoch. So. Zurück. Nee. So. Äh. So. Wunderbar. Ähm, jetzt... Äh. Äh. Was ist denn da... Ich sah auch noch eine Fläche. Ach, da ist eine Fläche? Ja. Und einfach die Lightbridge darüber zu den Knöpchen, oder was? Weiß ich nicht, ob es geht. Möchtest du mal? Ich möchte mal. Ja. Ich drücke. Es ist zeitgeschaltet. Es ist sehr kurz zeitgeschaltet. Das ist sehr kurz. Und was ist passiert? Äh, eine Fläche zum draufstehen. Ja. Stell dich da mal hin. Ich will mal gucken. Bin ich. Druck. Ich drücke. Aha. Hier ist das Feld aus. Das heißt, wir können einen Würfel mitnehmen. Okay, dann... Meine Portale brauche ich gerade nicht. So, Würfel. Äh, wir müssen damit jetzt aber vorsichtig sein, sonst machen wir alles nochmal. Ja. So, mach mal Feld aus. Zack. Oh. Durch. Hä, ein bisschen Nervenkitzel ist ja jetzt schon ein bisschen dabei, ne? So ein bisschen. Ja. Ja, ein bisschen. Der darf auch nicht da runterfallen. Nee. Aber der rollt ja Gott sei Dank nicht. Lass mich nochmal hier weg. Das ist der Vorteil von Würfeln. Ich, äh, lass dich da durchaus weg. Ich... Doch, schaffe ich. Oh, ganz allein gemacht. Krass. Einfach krass, der Mann. So. Möchtest du auch da unten raus? Ja, bitte. Mh, das heißt, ich mache das, äh... Hellblaue. Nein? Ja. Huh. Wenn man den Schuss des anderen hört. Ja. Und sich denkt, ach du Kacke. Bist du safe? Ich bin safe. Ja. Mh, das heißt, äh... Da müsste vielleicht der Würfel drauf. Nee, der Würfel muss... Wir stellen die Würfel da drauf. So, fertig. Ich mach das mal, damit nichts schief geht. Ähm. Gut. Äh, aber was bringt uns das? Wie gesagt, wir kommen da ja nicht mal hin. Ich will da mal unten gucken, wie's denn da eigentlich aussieht. Nee, wir können doch da rüber dann. Wir können... Wir brauchen... Können wir... Können wir jetzt Sprungsoße da hinten ganz umlenken? Mhm. Das wäre... Also, das wäre wirklich ein bisschen übertrieben, dann... Nee, aber warte mal. Da oben ist ja eine Portalfläche. Das ist ja doch recht einfach dann. Ja, aber ich mein, wir müssen dann ja trotzdem da durch das Ding durch, da... Und da hinten... Du kannst doch... Oha, wo stehe ich denn? Hier. Wir können doch hier... Ja. Achso. Da können wir jetzt die Lightbridge rausholen und dann fliegt die da rüber. Mhm. Und dann können wir an die Decke dort... Können wir ein Portal setzen. Mhm. Und... Dann da einfach hindurch scharreiten und dann sind wir auf der anderen Seite. Durch das Portal an der Decke. Genau. Oder nicht. Weil die... Die Bridge geht ja bis hinten durch. Da können wir ja einfach wieder auf die Bridgeperlumsen. Das stimmt. Also das Problem ist, dass das Feld dann hier wieder ausgemacht werden muss. In dem Moment, wo... Das können wir ja machen. Ich mein, das geht ja. Äh, das Feld? Wir machen... Wir machen es mal ordentlich. Also falls es ordentlich geht, ja... Geh doch mal dahin, wo das... Wo das Sprungzeug ist. Wofür brauchst du jetzt das Sprung... Sprung... Sprungzeug? Weil ich da rüber gehen will. Weil da unten... Da kommen wir ja nicht durch. Ne, müssen wir ja auch gar nicht. Wir können ja einfach oben das Portal setzen. Wir brauchen dieses Sprungzeug nicht. Natürlich brauchen wir das. Nein. Nein. Ich will das aber gerne so machen. Ne. Ich glaube das ist aber zu kompliziert. Wir können doch jetzt einfach wie gesagt... Das ist aber viel cooler. Hier... Hier... Die Light... Dass da die Light Bridge aus der Wand kommt. Warum kommt denn hier oben eigentlich noch irgendwas raus? Ne, kommt hier gar nichts raus? Äh... Wo bin ich... Warte... Hahaha... Hier oben ist nämlich noch was. Boing. Was ist da? Hier ist noch ne... Was ist denn hier los? Was passiert? Hier unten geht... Ah, hier unten geht... Ah... Das ist ja auch mal was. Ich laufe. Aha. Das ist ein Cherry. Oh. Es sind mehrere. Die Freundschaft über dich da... Oh, das ist ja noch... Äh... Sprungsoße. Klar brauchen wir Sprungsoße. Wofür? Das ist der... Damit du die Turrets da wegbasteln kannst. Oder du lässt dich immer von oben da drüber fallen. Und dann... Bersägerst du die kaputt per Hand. Warte mal, komm ich denn da ran? Na... Soße. Oder willst du da per Brücke die kaputt machen? Ist hier... Ich könnte doch theoretisch... Ja oder so, stimmt. Brauchst du nicht? Du bist... Bist safe, ja? Ich bin... Ich stehe. Also... Dein... Ja, überschreib das doch einfach. Hört mal was? Passiert da was? Ich weiß nicht, ob man das einfach so von oben dann... Ich finde das so ein bisschen seltsam. Ne, aber irgendwie funktioniert das auch nicht. Ne, die steht voll drin. Schade... Möchtest du tatsächlich... Aber... Ich bin wieder viel sprunglos, oder? Falls man das nicht merkt. Also ich fände das für... In diesem Fall... Ich fände das in zwei Situationen gerade mal echt für den einfachsten Weg. Okay. Also in dem Fall... 2 zu 0 für Soße. In dem Fall der Torrez wüsste ich auch nicht, wie man es anders machen soll. Ähm... Kann ich... Oder weiß ich es hier einfach... Oder weiß ich es hier einfach... So... Pum... Äh... Wo hast du dein Rotes noch? Achta... Nö... Gut... Wie angenehm es ist, wenn die Brücke mal stehen bleibt und man keine Angst haben muss, dass man hier runterfällt. Weil der andere da aus Versehen mal runter geht. Ich will aber nur gerade mal kurz noch was... Was... Was sehen... Ich will es nicht probieren. Ja... Mach einfach mal. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich... Also wenn es funktioniert, dann gebe ich dir ein Eis aus. Okay. Wie haben wir... Wie habe ich nochmal das obere... Äh... Achja... Als ich da oben stand. Kannst du mich da hoch bringen? Was? Ich würde da ganz gern hoch. Ne... Ich muss da ja hoch. Weil du dann da durch darfst. Ne... Kann ich ja nicht, weil... Äh... Ich ja meine Portale brauche. Also der der... Das funktioniert jetzt nicht. Also du musst ja da unten sein. Ja... Verstehst du? Ja... Aber ich komme mal hoch zu dir. Ja... Ich wollte gerade sagen... Es ist ja alles da. Ja... So... Jetzt du auf die Bridge. Jetzt gehst du durch. Jetzt weiß ich halt nur nicht, was du eigentlich vorgehabt hast. Ja, da ist doch nichts. Ne... Ne... Jetzt kannst du da drüben... Jetzt auf der anderen Seite des Portales kannst du... Genau... Jetzt gehst du durch dein Portal durch. Ah, so willst du das machen? Das ist ja langweilig. Genau. Jetzt hüpfst du auf die Brücke rauf. Mh... Das ist aber immer noch, äh... Oder passt das nicht. Das sah für mich so aus, als ob es passen würde. Das... Ne... Soll ich es probieren? Sieht jetzt so von oben tatsächlich extrem knapp aus. Das ist... Das ist... Sieht auch sehr knapp aus. Weil das halt genau unter Milch ist. Ne, das passt nicht. Das passt nicht, ja. Es geht nicht. Ne... Ne... Sprungsoße! Verdammt! Jetzt hab ich endlich mal gedacht, ich hätte hier den leichten, einfachen, simplen... Aber ne... Du kommst ja nicht mehr raus, ne? Ist dir klar? Hier, wo ich gerade bin. Hup! Ah! Huh! Möchtest du die holen, oder soll ich die holen? Äh... Die Sprungsoße? Ja. Kannst du gerne machen. Wie krieg ich das aus? Dann muss der da hinten bei der Knopf. Ach... Der. Ja. Den nehm ich mir nicht. Die kann ich nicht sterben. Das ist chemo ungesund. Ja. Also empfehle ich es halt falsch. Nichts unbedingt. Du... 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 Bis zum nächsten Mal.